Das Redundanzprinzip Stellen Sie Informationen nur einfach dar oder ergänzen Sie unterschiedliche Informationen aus mehreren Medien. Angenommen, Sie erstellen ein Erklärvideo. Dabei veranschaulichen Sie einen Sachverhalt durch ein Bild, beschreiben ihn außerdem schriftlich auf derselben Folie und sprechen ferner eine Audiospur ein. Doppelt, nein, dreifach hält besser. Oder nicht? Sicherlich können Sie sich die Antwort schon denken. Nein, dem ist nicht so. Aber warum nicht? Werden dieselben Informationen mehrfach dargeboten, dann wird das Arbeitsgedächtnis unnötig belastet, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Die Informationen liegen nicht nur doppelt vor, die Doppelung muss auch noch festgestellt werden. Dieser Abgleich produziert zusätzliche extrinsische Belastung, die wertvollen Platz im Arbeitsgedächtnis wegnimmt. Damit nicht genug. Da die Darstellungsformen meistens auch inhaltlich leicht voneinander abweichen, entstehen schnell Irritationen bei Lernenden, welche Informationen denn nun die richtigen sind. Solche Irritationen stellen sich zum Beispiel ein, wenn Sie mit Materialien aus verschiedenen Quellen arbeiten, zum Beispiel mit älteren und aktuellen Schulbüchern, Werken verschiedener Verlage, eigenen Arbeitsblättern und so weiter. Eine einfache Lösung dieses Problems bietet das Redundanzprinzip. Verzichten Sie darauf, die gleichen Informationen in verschiedenen Darstellungsformen zu präsentieren, also beispielsweise Bildschirmtexte nicht einfach vorzulesen, und nutzen Sie Bilder und Texte nur zu sinnvollen Ergänzungen. Auf das Eingangsbeispiel des Erklärvideos bezogen, würde es also reichen, ein Bild unter zusätzlichem Verweis auf das Modalitätsprinzip mündlich zu erläutern.